Das Rückbieganschluss-Subpart wurde um das Produkt Fairbox vom Hersteller Polkorn erweitert. Alle Parameter lassen sich spielend leicht anpassen. Mit Hilfe der Bemessungssoftware Fairbox Design erhältst du einen vollständigen Nachweis inklusive Produktcode. Dieser kann einfach in der Subpart Schnelleingabe übertragen werden, um den gewünschten Rückbieganschluss innerhalb weniger Sekunden zu generieren. Selbstverständlich bleibt das Subpart weiterhin intelligent attribuiert, damit es mit Reports und Legenden auswertbar bleibt. Der Einbauteilgenerator erstellt außerdem automatisch einen Link zu ausschreiben.de, den Architekten über den Browser direkt abrufen können. Schließe dich den über 6000 zufriedenen Kunden an und nutze die kostenfreien Subparts, das beste und benutzerfreundlichste Einbauteilsystem für Ingenieure und Architekten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017